auf meinem kanal rede ich ja oft über alte sachen autos panzer flugzeuge ritter geschichten pipapo ich finde dann wird der zeit dass wir ein antiquitäten laden meine stadt bauen oder willkommen in der noppenkletzinscheune mein name ist blogs und ja freunde ich weiß ein altes auto ein flugzeug geschichten über panzer haben nicht unbedingt was mit einem antiquitäten laden zu tun aber nachdem ich mir jetzt einen friseur ein autohaus eine eigene post und so weiter alles für meine für euch bald ersichtliche klemmbaustein stadt gekauft habe braucht doch ein geschichtsnötter wie ich einen laden wo sich wohlfühlt wo in alten sachen rum gruscheln kann wo er vielleicht ein altes buch kauft oder eine alte vase und deswegen braucht meine klemmbaustein stadt einen antiquitäten laden und wie gut dass die chinesischen schimmelkönig freunde da etwas für uns haben nämlich mod ging hat das set die 16 005 den antik collection shop nach den antik waren laden nenne ich ihnen mal das schöne häuschen mit den roten türchen und den kleinen brunnen auf dem vordach aus der novatown serie 3050 plus steinchen mit lichter steinchen sogar freue ich mich richtig jetzt dieses gebäude euch gleich hier auf den bautisch näher bringen zu dürfen und vor allen dingen nachher für euch bauen zu dürfen freunde das wird spaßig freunde da ist er der massig gepackt und ich finde wunderschöne karton unseres antik collection shop aus der novatown serie von mode king die 16 005 ab acht jahren schauen wir mal 30 50 plus also 3050 plus steinchen ich stolper immer über dieses wenn die keine 100 vorsteht dann ist immer 3050 das hört sich so und blöd dann kennt ihr bestimmt ach ja der blogs und zahlen lassen wir das der karton ist wunderschöne gefällt mir ich weiß nicht warum die ob sie das lebensbejahende türkis ist ob es diese verpixelten bäumchen hintergrund sind ich weiß es nicht mir gefällt der karton und auch das häuschen was ja auch sehr buntes aber es passt hat in die novatown serie es passt zu den gebäuden die ich schon in meiner stadt habe wenn ich daran denke von irgendwie das kubel hotel das passt alles irgendwie und da haben wir blümchen hier oben haben wir einen kleinen brunnen auf dem dach und wir haben hier so ein bisschen englische rk und ach ich weiß nicht ich freue mich richtig darauf dieses haus zu bauen auch hier haben wir wieder schön diese farbrollen die wir auch schon beim postamt bei mode king kennen mir gefällt das hätte richtig gut ich weiß leider nicht ob das das hier schon mal irgendwo bei rubrike begab recherchiere ich reiche ich euch nach das gebäude ist 35 zentimeter hoch und natürlich bestand mäßig 26 cm breit und wir sehen wir können hier die stockwerke abnehmen und da haben wir den blinke blinke leucht stein das hätte habe ich mir bei modbox gekauft beziehungsweise muss ich mir kaufen denn meine freundin hatte sich ausgesucht ihr werdet vielleicht ihre fingerchen auch in diesem video finden denn wir teilen uns ja ganz oft den bauspaß bei solchen setzt die uns beiden gefallen schauen wir uns die rückseite an da sehen wir die nova town serie dieses gebäude ihr wisst ja böse böse gibt es so nicht von mode king ich habe mir ist aber im hintergrund trotzdem mal reprägt wir das bauen wir heute und das stelle ich euch auch noch vor kommt euch aber bestimmt auch bekannt vor erster floor zweiter floor und das dach und hier sehen wir ein paar impressionen hach schön uhren war sind ritter gedöns blumen irgendwas chrome farben ist eine schöne wendeltreppe haak und leuchte dürfen auch nicht fehlen und hier dieser besagte brunnen oder was auch immer das sein soll ich denke immer an brunnen bin mal gespannt diese teile passen auch ganz gut auf meine alten ritterchen oben auf die helme kennt ihr bestimmt ja dann schauen wir mal von oben da sehen wir nämlich schon das besagte illuminaten interieur das passt ja auch ganz gut das kennt ihr vielleicht von meinen anderen mode king videos es gibt hier leider keine pdf beleuchtungsanleitung ich hoffe dass die hier im karton ist ja da sehen wir das gebäude von hinten schmucklos aber irgendwie dann doch elegant und von hier unten seht ihr wieder das berühmte babylonische sprachengewür und da wo ich das hätte gekauft habe habe ich euch ja gesagt und dann hier an der seite sehen wir das gebäude auch noch mal ich würde sagen wir schneiden jetzt den karton einmal auf und gucken was drin ist ich kann es mir schon vorstellen nämlich ziemlich viele beschriftete tütchen wir wissen ja wie immer hier beim mutigen setzen mit ein paar täterstreifen können wir das ganze paketchen aufmachen und uns gleich die säcke der glückseligkeit angucken nämlich die mit den tollen tollen steinchen das kann ich euch jetzt schon mal sagen das kennt ihr auch die multi goldstein sind alle wunderbar trotzdem dürfte wir immer als erstes in diesem pickepacke vollen karton reingucken bitte der erste blick für euch den gönne ich euch immer und jetzt lassen wir es raus plumpsen ganze menge ganze menge kartons leer und also die ohren zu freunde so weg ist hier haben wir eine schöne beige plate die tausche ich wieder ausging eine grüne von lego ich habe alle meine auf lego base plates auf grünen meine gebeutchen wir haben die 17 32 die sechs hier haben wir das beleuchtungs kit die fünf die acht und die neun der karton ist leer die auch die seite und die vier also wir haben neun bau abschnitte immer ja beim mut gegen nach tüten sortiert und wir schauen uns mal die anleitung an die wieder so ein richtig schönes gebundenes buch ist vorderseite rückseite sehen wir das gebäude wir haben ja auch ein paar stickerchen nur ein paar aber das haben wir beim mut gegen immer mal ihr seht hier eine legende so wird es nämlich auch in der anleitung sein dass wir mir stangen anlegen wie hier sagt angezeigt kriegen welche größe wir fangen an mit bau abschnitt 1 natürlich alles was wir bauen wird rot umrandet oder teilweise wird zeigen pfeile wo wir was wo anbauen müssen ich schaue mir gerade ob hier sehen wir die pfeile hier auch wie was ansorten haben und oben immer die steinchen die wir brauchen aus den jeweiligen tüten jetzt schaue ich mal ob ich hier irgendwo die kabel sehen sehen wir nicht aber das kommt bestimmt wenn ich mal kurz schauen laterne habt dieses gebäude ja nicht wie bei den anderen mutigen gebäuden die ich gebaut habe und hier sehen wir schon die bau abschnitt tüte 9 ja ich denke mal das sieht nicht so aus dass es hier wirklich eine beleuchtungsanleitung gibt ihr könnt wieder natürlich dann unserem video hier meinem video entnehmen wie wir dieses set beleuchten eventuell gibt es doch noch eine pdf anleitung dann verlinke ich euch die unten in der video beschreibung müssen wir mal schauen aber jetzt freunde gemerkt durch blätter desto mehr bock habe ich eigentlich dieses gebäude zu bauen freunde das wird richtig nice ich habe richtig spaß ja auch schaut euch an hier so ein bisschen möbel interieur der ritter das wird cool ja in diesem sinne freunde jetzt aufhören zu labern tüten aufreißen und bauen ja freunde bevor wir bauen natürlich nicht ganz vergessen da war wieder die euphorie der vater des gedankens wir wollen ja auch wissen viele bauschritte brauchen wir denn 620 bauschritte auf 191 seiten und dann sind wir fertig so das habe ich euch nachgetragen und jetzt wirklich ich sitze auf heißen kohlen auf einer auf einer quasi alten chinesischen ming vase ich will jetzt bauen freunde genug geredet jetzt aber wirklich speed bezeit ist faktenzeit und wenn wir hier ein antiquariat bauen warum nicht mal über die antiquitätenindustrie in deutschland sprechen antiquitäten sind nicht nur gegenstände sondern fenster in die vergangenheit sie erzählen geschichten spiegeln die kultur ihrer zeit wieder und sind begehrte sammlerstücke in deutschland hat der antiquitätenhandel eine lange und reiche geschichte die sogar bis ins mittelalter zurück reicht heute ist er nicht nur ein wichtiger wirtschaftszweig sondern auch ein beliebtes hobby und ein feste bestandteil der popkultur der deutsche antiquitätenmarkt hat eine erhebliche wirtschaftliche bedeutung laut schätzungen des bundesverbandes deutsche antiquariare ev kurz bda wurde im jahr 2020 da habe ich meine zahlen her ein umsatz von etwa 800 millionen euro erzielt dies verdeutlicht die finanzielle relevanz des antiquitätenhandels der antiquitätenmarkt in deutschland ist vielfältig und umfasst eine breite palette von gegenstanden darunter möbel gemälde schmuck uhren bücher und vieles mehr antiquitätengeschäfte auktionshäuser und onlineplattformen spielen eine wichtige rolle im handel bekannte auktionshäuser in deutschland sind beispielsweise sasabies und christies zu den begehrtesten antiquitäten gehörten oft möbelstücke aus dem 18 und 19 jahrhundert porzellan aus meißner manufakturen gemälde bekannter künstler jugendstilobjekte und antike uhren ein herausragendes beispiel ist die berühmte badende venus von peter paul rubens die in deutschen auktionshäusern für millionenbeträge gehandelt wurde in deutschland gibt es regionale schwerpunkte für den antiquitätenhandel wie beispielsweise das rheinland bayern und hamburg diese regionen haben eine lange geschichte im sammeln und handeln von antiquitäten in den letzten jahren hat das interesse an antiquitäten in der bevölkerung zugenommen zum teil aufgrund von fernsehshows wie bares für rares und der tödeltruppe diese shows haben dazu beigetragen das bewusstsein für antiquitäten zu schärfen und die faszination für vergangene epochen zu wecken die beliebte sendung bares für rares moderiert von horst lichter bietet den zuschauern die möglichkeit antiquitäten und kuriositäten schätzen und verkaufen zu lassen die show hat eine hohe einschaltquote und hat viele menschen dazu inspiriert ihre eigenen schätze zu finden und zu schätzen tatsächlich verzeichnet die sendung durchschnittlich über vier millionen zuschauer pro ausstrahlung sie wurde mehrfach für den deutschen fernsehpreis nominiert und gewann in der kategorie bestes unterhaltungsprogramm dies zeigt die immense popularität der sendung der trödel trupp eine sendung bei rtl 2 in dieser serie besucht ein team von experten haushalte um vermeintlichen trödel zu begutachten und gegebenenfalls wertvolle funde zu identifizieren die sendung vermittelt wie spannend und profitabel die welt der antiquitäten sein kann woche für woche erreicht der trödel truppen mehr als drei millionen menschen und hat damit einen festen platz im deutschen fernsehprogramm die sendung erzielt bereits mehrere auszeichnungen und nominierungen darunter den deutschen fernsehpreis in der kategorie bestes dokotainment das gestiegene interesse in der bevölkerung hat auch dazu geführt dass immer mehr menschen antiquitäten kaufen und sammeln dies hat wiederum den antiquitätenmarkt belebt und zu steigenden preisen für bestimmte sammlerstücke geführt der antiquitätenmarkt in deutschland ist ein lebendiges und facettenreiches sammelgebiet dass die vergangenheit auf faszinierende weise lebendig werden lässt es ist eine branche die von der leidenschaft der sammler und dem wunsch ein stück geschichte zu bewahren angetrieben wird in zeiten von moderner massproduktion und wegwerfkultur erinnert uns der antiquitätenmarkt daran dass die schätze der vergangenheit ihren wert und ihren reis behalten haben die faszination für antiquitäten und die damit verbundene geschichte werden voraussichtlich weiter wachsen und der deutsche antiquitätenmarkt wird auch in zukunft ein bedeutender teil der kultur und wirtschaft des landes bleiben ja freunde das waren ein paar fakten rund um antiquitäten beziehungsweise den antiquitätenmarkt in deutschland die struktur und vor allen dingen auch seine popkulturellen einflüsse und wir alle haben auch schon mal spielzeug als antiquitäten wahrscheinlich bei bares für hares und den trödeltrupp gesehen und ein kleiner aber feiner nuancenreicher hinweis noch von einem guten freund von mir dessen familie aktiv im antiquitätenhandel ist ist nämlich dieser fakt und das ist der gute bogen zum trödeltrupp dass oft auch die sammelleidenschaft bei vielen menschen halt auch ins nicht gute umschlagen kann wir alle kennen dieses böse wort dass sich so ähnlich anhört wie ein argentinischer fußballspieler also der ein oder andere antiquitäten sammler leidet auch unter dieser man muss es ja sagen krankheit aber das ist vielleicht ein thema für ein anderes video euch jetzt viel spaß beim mut gegen antiquitäten shop gut ding will weil er haben ein jahr später und genau zu sein acht stunden und ein jahr später steht unser anti collection shop von mod king die 1600 53 1050 plus steine schwer hier auf den bautisch ja freunde dieses set ist schon lange bei mir fertig es wird zeit dass ich euch aber endlich einmal zeige ich bin umgezogen das thema city ist erst mal auf eis gelegt trotzdem werde ich euch hier auf dem kanal weiterhin model das vorstellen und gerade hier aus der nova town serie ich spoilere hier dazu beim review sogar das nächste häusle was ich schon gebaut habe ja dieses set steht also schon lange bei mir wird zeit dass ich es euch vorstelle meine freundin hat es gebaut denn die ist bei uns hier der große modula liebhaber ich auch von der größe auf jeden fall wir teilen hier unser hobby und gerade bei diesen super coolen aus go bricks gefertigten mod king häusern lasse ich ihr gerne den bauspaß acht stunden hat auch nichts damit zu tun ob sie schnell oder langsam baut sie ist eine sehr schnelle und gute bauerin aber hier zum beispiel ist ja noch ein elektro kit verbaut für den wir damals keine anleitung hatten ich kann euch sagen mittlerweile gibt es eine ich verlinke euch dieses produkt zu mod bricks und zu blue bricks und bei blue bricks da findet ihr auch eine übersetzte anleitung wenn ihr euch bei blue bricks anmeldet wenn es zum thema beleuchtung geht denn man soll eigentlich hier unten mit slopes einen led streifen verbauen wir haben das hier frei schnauz gemacht zeige ich euch dann nachher deswegen sieht sie ein bisschen ja wild aus kommen wir zum set erstmal generell viele steine haben wir über und hier auch die besagten einmal zweier slopes die wir hier vorne verbauen sollten damit wir dann eine beleuchtung machen die quasi das gebäude an leuchtet sieht sicherlich ganz cool aus aber wir haben uns halt dagegen entschieden 3050 plus steine für dieses farblich coole gebäude mittlerweile wo es ein jahr bei mir steht muss ich sagen gefallen mir die farben gar nicht mehr so ich glaube dieses haus in etwas gediegeneren farben vielleicht in diesem typischen deutsch grau beige würde mir noch geiler gefallen mich stört zum beispiel auch hier das chance clear an diesem dach brunnen finde ich irgendwie unrealistisch trotzdem hat dieses haus viele schöne spielereien alleine optisch fangen wir an hier unten steht schon in einer leichten schrift und ihr könnt da auch am karton entdecken das wort antik das finde ich passt ganz gut zu so einem antiquitäten laden wir haben tölle tollen stück hier wir haben tolle angedeutete gardinen der brunnen an sich ist lustig wir haben hier so eine rk bauweise wie wir es von britischen häusern kennen wir haben eine laterne die natürlich leuchtet wir haben einen schönen brunnen den wir hier so drauf stecken können über ein technikteil über eine technik achse der ist dann locker weil wir einfach über die technik achse gehen ich lasse den brunnen mal kurz weg mit den blüten weil wir dann hier hinten noch im dunkeln ein blumenbeet haben da kommen wir gleich noch zu wir haben hier diesen schönen erker wir haben hier griffe wofür zeige ich euch gleich und wir haben hier von hinten auch schön stück und ja das habe ich euch gesagt unser wild verlegtes kabel hier ist unser kabel habe hier die wendeltreppe die dann leider durch unsere kabellage nicht mehr so gut ausschaut wir haben hier eine tür und auch hier haben wir wieder einen eingriff und ihr seht schon hier ja es ist etwas eingedrückt das war jetzt gerade beim hereintragen des gebäudes hier auf meinen bautisch weil wir können nämlich die wände rausnehmen kleiner spoiler ich mache mal das licht an man kann es vielleicht ein bisserl entdecken naja hier ist es zu hell aber freunde da unten sieht man schon leuchten da die laterne leuchtet schön war also schön schön kräftig so ein warmes licht während hier oben der lsd stripe und der war wahrscheinlich für vorne gedacht kaltweiß daherkommt ich mache das licht wieder aus ist ihr bekommt nachher sowieso fotos wo ihr dann die beleuchtung euch richtig angucken könnt ja ich heb das haus jetzt mal hoch und dann schauen wir uns am anfang noch mal kurz hier von außen details an während wir dann uns stück für stück durch die stockwerke fressen sage ich mal und ich wollte euch jetzt hier hinten auch diesen im dunkel gelegenen blumenkübel zeigen finde ich cool mit einer kleinen trennwand und wir haben hier tolle uhren in diesen rk die kann ich euch leider nicht zeigen weil sie verbaut sind aber es macht spaß schön eine uhren die also solche pendeluhren große uhren wandschrank uhren fast die gehören natürlich zu so einen antiquitäten laden hier oben dann dieses jahr mit trans blue wasserspiel und hier oben diesen coolen runden rk den finde ich cool dieses modula passt auch wunderbar in zwei in die kehrer egal bis auf hier die spitze da oben die muss man dann abnehmen wir fangen auch mal von oben an das dach kann man ganz gut abnehmen ich muss jetzt hier natürlich aufpassen wegen der kabellage so da ist dann dieser einmal vierer light brick drunter ihr seht ganz normales modula dach englisch amerikanisch aber auch hier vorne schön der stück hier mit diesen wellen und natürlich dann highlight hier die kuppe ich lege das dach mal hier zur seite wie gesagt mit der kabellage hier bei uns ist das ein bisschen blöd denn dieses gebäude hat viel zu zeigen haben wir erst hinterher beim bau gemerkt wir hätten es wirklich weglassen sollen diese led thematik damit wir es euch auch besser zeigen können hier können wir leider nicht so einfach was rausnehmen wie hier unten zeige ich aber gleich so jetzt nehmen wir das dach hier einmal ab bzw die etage ich muss aufpassen wegen den kabeln da seht ihr es ein bisschen geht es und schauen wir mal rein denn wir haben hier wirklich ein highlight nach den anderen wir haben hier hinten ihr könnt wahrscheinlich nicht so gut sehen wegen dem licht ich habe hier ist über beleuchtet aber vielleicht klemm ich einfach hier das licht noch mal an einen augenblick die kuppe ab wo ist die batteriebox da ist sie ich mache es mal an dann haben wir vielleicht besseres licht da oben in der ecke haben wir das lager hinter schönen vorhängen da haben wir auch alte bücher alte schriften hier haben wir türen mit denen wir halt dann in das stockwerk kommen hier natürlich muss immer auf da und wir haben ein bild hier in dem verkaufsraum haben wir einen schönen ventilator wir haben waffen in den ecken wir haben hier so quasi fast corona mäßig ein verkaufsraum mit so einer plastik schild damit keiner spucken kann und die rechnungen werden hier noch wirklich auf pergament auf brief geschrieben hier da sieht man es und unter dem ventilator der sich drehen lässt ist eine figur die hole ich euch mal raus ist ja immer so ein bisschen kritisch wir wissen ja diese figuren eigentlich gehören die nach dänemark und hier haben wir diese statue mit so einen schild hat fast was von einer fraktion von herr der ringe so eine statue alles was wir sehen natürlich dicker alles bedruckt figur geht zur seite aber auch hier hinten richtig schöne stück am fenster so das packe ich auch zur seite denn jetzt kommen wir hier ich schiebe es mal so ein bisschen zu den angedeuteten losen wänden so natürlich hier bist du blöd bei mir wieder weil beklebt so zack und schon kann man in das haus rein gucken das gleiche an der anderen seite wo wir hier unseren led ist drüber haben zeige ich euch aber gleich so wir haben nämlich hier einen wunderschönen auch wieder angebotsraum wir haben hier einen kompass sehen wir hier einen großen tisch kompass wir haben hier eine tee zeremonie in diesen rk wir haben hier schwerter oben an der ecke wir haben einen großen kronleuchter vasen vielleicht sogar ein antikes sofa hier in rot und überall fließen und da hier irgend so ein gebimsel diese typischen ja was sind das epauletten in groß keine ahnung finde ich richtig cool und hier vorne im eingangsbereich schön gefließt sieht ein bisschen aus wie bei hem an einem deiner aber wir haben sehr cool wir haben hier eine tür in tür wir haben hier eine klappbare tür damit wir erst durch diese tür kommen also eine magic door und in dieser tür ist auch noch mal ja so ein bisschen seht ihr vielleicht dort im braun etwas eingearbeitet statue oder sowas und auch hier können wir die wand rausnehmen geht bei mir jetzt nur nicht weil ich hier diesen led stripe drüber habe also wirklich ein tolles gebäude nur hier wie gesagt die frage muss man es beleuchten ich weiß nicht wir hätten es vielleicht bleiben lassen sollen weil wir es halt dann frei schnauze versucht haben zu beleuchten und somit ihr seht es ja hier es etwas schwierig wird dann noch die einzelnen stockwerke abzunehmen ist halt die frage macht man das baut man es einmal beleuchtet man es einmal und dann ist gut oder wie haltet ihr das schreibt mir gerne in die kommentare wie gesagt es gibt jetzt eine richtige beleuchtungsanleitung von blue bricks also ins deutsche übersetzt sogar vom chinesischen somit habt ihr es dann viel einfacher als wir dies hier so amateur ist es falsch dies aber ohne diese anleitung versucht haben zu verlegen und ja ist hier halt nicht so gut geworden dann trotzdem cool ich sage euch bisher habe ich schon gesagt ich würde dieses gebäude wahrscheinlich jederzeit gerne noch mal bauen in anderen farben ohne beleuchtung und ich glaube dann wäre es noch mehr ein burner und ich werde jetzt mal hier für euch das licht ausmachen zum schluss damit wir noch ein bisschen hier eindruck bekommen von dieser beleuchtung die wir wie gesagt frei schnauze verlegt haben was jetzt das review ein mittel geschmälert hat aber ihr bekommt ihr auf jeden fall noch detail fotos ich kann euch sagen bauspaß war super bis auf diesen erger hier weil da ist eine technik achse drunter da muss man genau aufpassen dass auch alles dann genau richtig sitzt sonst ist dieser brunnen auf dem erger hier krumm und schief und ihr habt gesehen bei den wänden muss man auch aufpassen wenn man es dann anpasst drückt man sie rein diese abnehmbaren wie gesagt ich mache das licht jetzt aus ihr bekommt schöne detail bilder noch mal und dann schauen wir zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde aber jetzt wartet das licht geht einmal aus einmal links und jetzt muss ich aufstehen um die kamera gehen stuhl geht nach hinten und dann geht hier das licht für euch noch einmal aus und dann sehen wir unser mold king set 16 005 noch einmal leuchten und das finde ich schaut doch richtig klasse aus freunde oder also viel spaß ist bei den detail fotos und dann bis gleich wie versprochen an dieser stelle ein paar detail bilder jetzt erst mal im hellen aber gleich noch mal im dunkeln von unserem mold king set der 16 005 unseren antique collection shop novatown ich mag die serie es gibt nur ein einziges set was ich überhaupt nicht gut finde dass der barbershop der kommt da irgendwie so im orange blau daher diese farben finde ich sind etwas fremd seid ihr auch fan von dem mold king modulas dann könnt ihr mir gerne helfen und ich werde es auch gleich noch mal erwähnen vielleicht schreibt ihr mir mal in die kommentare welches euer liebstes mod king modula ist und ihr schaut auch mal oben auf dem i auf meiner mod king playlist vielleicht habe ich es sogar schon einmal vorgestellt und wenn ich schreibe das mir bitte in die kommentare ich bin großer fan dieser häuser sofern sie natürlich lizenziert sind von irgendwelchen mockern und nicht gestohlen sind und wenn kaufe ich mir immer die anleitungen und nehme kontakt mit dem locker auf hier habe ich jetzt nichts dazu gefunden wenn ihr da was habt schreibt mir unten in die kommentare alle fakten zum set und bezugsquellen findet ihr natürlich wie immer unten in der video beschreibung sowie auch versprochen der link nach blubricks wo ihr wenn ihr euch anmeldet dann auch diese ins deutsch übersetzte wie nennt man das denn lichtanleitung leuchtleitung an an leuchtleitung ihr wisst schon was ich meine verlegeleitung so heißt es wo er diese auch dann bekommt toller job von blubricks das ist wirklich eine hilfe die mir damals gefehlt hat ich sage ja immer wieder wenn man sich mit klemmbons sets aus china beschäftigt sollte man eigentlich auch versuchen diese sprache zu lernen aber dann freunde komme ich nicht mehr zum video drehen also wie gesagt meine bitte schreibt mir eure modeller wünsche und in die kommentare und schaut gerne mal bei meinen älteren mode king modulars vorbei die sind eigentlich auch durch die bank eigentlich fast klasse bis auf die sticker thematik manchmal ja und von den kubik steine also euer feedback ist mir ganz ganz wichtig und schaut unten vorbei und wenn ihr da irgendwelche links anklickt unterstützt er mich sogar liebe freunde ein langzeitprojekt auf diesem kanal geht wie dieses video so langsam zu ende richtig hervorheben möchte ich die ganze menge steine die über sind schlecht natürlich hier die mir fehlende anleitung zum verlegen der beleuchtung dies mittlerweile gibt freunde wenn ihr dieses video guckt habt ihr glück gehabt weil ihr wisst jetzt wie ich hier in zukunft diese light strips verlegt das haus gibt es ja immer noch quasi ein evergreen von mold king langzeitprojekt geht zu ende warum na ja weil ich erst mal dieses video fertiggestellt habe und zweitens freunde wenn wir uns den karton mal hier anschauen ich habe jedes haus was hier hinten drauf gebaut wurde schon ja geklemmt für euch außer hier diesen green grosser verschnitt die 1600 9 den hatte ich mir aber rebringt müsste mal gucken bei den ein oder anderen live stream steht das gebäude im hintergrund also ich habe euch alle häuserchen gebaut findet ihr alle hier oben auf dem ihr könnt ihr euch ja mal anschauen generell freunde möchte ich euch bitten wenn ihr meint hey blog sie da gibt es doch noch das ein oder andere coole modular bau das doch mal schreibt mir das gerne unten in die kommentare denn so wie cobi und slubern hier zu meinem kanal gehören gehört auch für mich eines meiner liebsten thema nämlich modulars klemmen hier finde ich zum thema blogs da also schreibt mir euer modular was ihr meint was ich vorstellen soll was ich review soll unten in die kommentare wenn ihr dabei seid lasst einen daumen da und teilt auch gerne mein video oder vielleicht noch besser abonniert ist einfach und drückt dann auf die glocke dieses kleine kanäle hier denn dann verpasst ihr kein video mehr von mir für euch in diesem sinne freunde gut klemmen und vielleicht findet ihr auch das ein oder andere schnäppchen in so einen antiquitäten laden denn ich habe gehört auch eol sets ganz alte lego schätzchen findet man manchmal in solchen geschäften in diesem sinne freunde auf wieder bauen euer freund der blogster